hallo und herzlich willkommen meine lieben steinböcke bei mir bei eurer crazy old zu eurer monatslegung für september 2024 für alle die den steinbock als standzeichen haben im mond venus oder aszendent wie immer es ist eine allgemeine legung rollen können vertauscht sein diese legung ist zeitlos und du schaust die legung bitte immer in deiner eigenen verantwortung wenn es nicht eine legung ist macht auch nicht zu deiner legung will man es natürlich mit am start und wir legen heute mit dem kraft hier orakel dem arcanum tarot dem gilded reverie lennermann und natürlich gibt es eine faul rune für euch mit dazu so und schon geht es los und wir legen heute wieder auf die drei bereiche liebe familie freundschaft verbundenheit beruf berufung und die spirituelle seelenbotschaft ich werde erst alle karten für euch auslegen liebe steinböcke und dann gehe ich für euch in die deutung so schauen wir mal was ich für euch zeigen mag welche energie haben wir denn im bereich liebe familie freundschaft verbundenheit für die steinböcke im feld welche energie haben wir für die steinböcke im bereich liebe familie freundschaft verbundenheit im feld der mond und die drei der schwerter ok dann schauen wir welche energie haben wir im bereich beruf berufung im feld für die steinböcke welchen welche energie haben wir da die königin der münzen ok und was haben wir als spirituelle seelenbotschaft welche energie will sich hier zeigen da haben wir es schon und zwar den ritter der schwerter ok verdeckte energie zwei der münzen so dann schauen wir mal was hier das lennormand noch ergänzen möchte zu den karten die wir hier jetzt schon haben so was will denn das lennormand zum bereich liebe familie freundschaft verbundenheit das schiff und der mond ok was haben wir noch der klee und der herr ok schauen wir mal was wir im bereich beruf berufung für die steinböcke für eine energie haben beruf berufung der brief die vögel die lupe und das kind ok was haben wir denn als spirituelle seelenbotschaft die fische die wege der baum und der herr ok verdeckte energie die masken interessant ok also liebe steinböcke im bereich liebe familie freundschaft verbundenheit haben wir den mond und die drei der schwerter ähm angst und unsicherheit dafür steht der mond der mond beleuchtet beleuchtet nicht gelebte oder nicht gefühlte gefühle und lässt die vielleicht speziell des nachts an die oberfläche kommen wir sehen die drei der schwerter die drei der schwerter ist der hartschmerz das ist der liebeskummer ja das ist ähm vielleicht ist es auch so dass dir im september bewusst wird dass du sehr große angst vor liebeskummer hast oder große verlustängste hast ja wir sehen hier dass ähm mit dem mond und den drei der schwertern vielleicht auch die energie von liebeskummer oder einem schmerz den du in dir empfindest ähm neu beleuchtet werden will mit dem mond ähm ist auch immer so ein bisschen ähm das eintauchen in diese gefühle vielleicht solltest du auch auf deine träume achten ne wir haben hier den mond und wir sehen hier bei den drei der schwertern diesen wolken verhangenen mond vielleicht ist dir gar nicht bewusst dass du einem schmerzhaften verhalten ausgesetzt bist ja ähm weil du das vielleicht ähm ja wie soll ich sagen ein stück weit verdrängst oder als normal empfindest ja ich sehe dass du hier schon eine sehnsucht nach tiefen gefühlen hast mit dem schiff und dem mond das ist auch so ähm ja es gilt du bist vielleicht wirklich aufgefordert hier tief in deine gefühle einzutauchen um wirklich zu erkennen welche unbewussten ängste oder zweifel hier vielleicht zu einer kontinuierlichen verletzung immer wieder führen und das kann damit zu tun haben dass du dein glück von einem dir wichtigen menschen abhängig machst ja ob dieser mensch so quasi sein harz öffnet oder nicht und wir sehen aber dass dieser harr diesen klee hier mehr oder weniger den rücken zukehrt also ähm fühle hier tief in dich hinein ich habe so ein bisschen das gefühl lieber steinbock das vielleicht für dich die frage ganz wichtig sein könnte ähm ob du hier dich von jemandem immer wieder verletzen lässt aus der aus angst diesen menschen zu verlieren wenn du das nicht mehr tust wenn das der fall sein sollte lieber steinbock dann bist du hier in einer toxischen geschichte drin die ist nicht gesund beruflich sehe ich dich sehr solide mit der königin der münzen die königin der münzen ist das wasser der erde die hat fruchtbares land die hat auch was erreicht die hat äh ist eine sehr warmherzige wohlwollende fürsorgliche königin die königin der münzen ist wirklich so eine fürsorgliche energie die ähm ja auch sehr einfühlsam ist mit den menschen oder mit ja für die sie sich ähm einsetzt oder für die sie praktisch verantwortung übernommen hat ich sehe dass es zu aufwühlenden nachrichten kommen kann mit den vögeln und dem brief hier kommt irgendeine ähm also ich sehe vielleicht kommt sie zu neuen vertragsverhandlungen vielleicht wirst du ähm vor vielleicht stehst du vor einer beförderung oder sowas ja und wir sehen dass das für ganz schön unruhe sorgt für ganz schön viel klatsch und tratsch mit den vögeln und wir sehen auch dass dir das vielleicht äh die ein oder andere schlaflose nacht bereitet wenn hier neue verträge unterschrieben werden sollen kann ich dich nur darauf hinweisen achte auf die kleinigkeiten ich habe die lupe und ich habe das kind hier ist ein neuanfang möglich ja aber ich habe mit beidem den hinweis auf etwas kleines hier geht es um vertragliche details du solltest die dinge die verträge diesen neuanfang du solltest hier das wirklich auf herz und nieren prüfen die verträge genau durchlesen liest das kleingedruckte ja das ist ganz ganz wichtig hier liegt so ein stück weit eine warnung für dich drin lieber steinbock dass du wirklich hier du bist beruflich sehr gut aufgestellt du bist hast genügend ressourcen ähm du hast auch kannst auch die ernte deiner arbeit ein stück weit einfahren aber achte darauf wenn dir hier eine vertragliche zusage oder was oder ein neuer vertrag vorgelegt wird nimm dir bedenkzeit raus achte auf die feinheiten ähm sei hier wirklich genau und äh sprich auch offen und ehrlich über das ne wenn dir hier irgendeine kleinigkeit auffällt wo so ein versteckter widerhaken drin sein sollte dann sprich darüber so könig der schwerter äh ritter der schwerter haben wir als energie der spirituellen seelenbotschaft der ritter der schwerter hm eiskalt und berechnend das wäre eine energie der ritter der schwerter bringt meist so eine unterkühlte energie sehr analytisch sehr nüchtern nicht emotional sondern der ist wirklich manchmal so eiskalt und berechnend ähm mit dem ritter der schwerter solltest du aber auch sehr viel beobachten der ritter der schwerter ist sehr schnell sehr analytisch sehr geistig wendig ja ähm und du solltest hier wirklich beobachten also mir kommt hier das die energie rein so quasi wirklich beobachte was sich dir hier zeigt es gilt hier vielleicht so einen verkappten ähm ja selbst so ein verkapptes selbstverletzendes muster zu durchbrechen was den persönlichen bereich liebe familie verbundenheit angeht den gilt es hier zu durchbrechen im beruflichen bist du gut aufgestellt ja aber hier gilt es darum wirklich ähm die dinge auf hat und nieren zu prüfen auch dinge schriftlich zu fixieren nicht nur mündlich zu vereinbaren sondern die wirklich schriftlich zu fixieren und bei diesen vertraglichen dingen aber auch wirklich auf die feinheiten zu achten mit dem ritter der schwerter bist du aufgerufen glasklar ähm einen glasklaren blick zu behalten sehr analytisch zu sein Dinge zu hinterfragen du spürst dass du vor einer seelischen entscheidung stehst mit den fischen und den wegen es kann auch ne wenn ich hier das berufliche jetzt beleuchte mit kann es auch sein eine entscheidung eine dass das hier mehr finanzielle fülle auf dich zukommen könnte dass hier vielleicht eine gehaltserhöhung mit im gepäck ist ja auch das könnte hier für dich mit drin sein es geht darum eine entscheidung für den flow in deinem leben zu treffen und ähm ich habe noch diesen hinweis mit dem herrn und dem baum also mit dem baum geht es darum dass du gerne langfristig planst lieber steinbock ja aber vielleicht solltest du beleuchten mit wem du hier die langfristigen pläne machst wir sehen der herr und der baum und vielleicht hat hier ein gegenüber oder ein dir wichtiger mensch ähm denn wie soll ich sagen einen unverhältnismäßig hohen stellenwert was die stabilität in deinem leben angeht und das heißt ja nicht dass du diesen baum fällen musst darum davon rede ich gar nicht aber es geht glaube ich eher darum den dingen ihren platz zu geben ja dass die dinge ins verhältnis zu bringen und wir sehen dass du hier mit dem mit den zwei der münzen als verdeckte energie zum einen sehr viele aufgaben zu bewältigen hast ja es geht hier dass du hier mit vielen aufgaben jonglieren musst zum anderen bist du aber auch aufgefordert hier in die leichtigkeit zu gehen denn hier gilt es die masken fallen zu lassen spiele mit den energien und geh spielerisch heran damit du hinter diese masken blicken kannst hier gibt es etwas was ähm was maskiert ist und das fühlt sich jetzt für mich im moment so an also im beruflichen bereich eben die dinge schriftlich zu fixieren auf das kleingedruckte zu achten im persönlichen bereich ähm habe ich das gefühl dass so ein vermeidungsverhalten vielleicht am start sein könnte man versucht hier schmerz zu vermeiden und ähm aus diesem grund ja ist man vielleicht in verbindungen die einen aber doch kontinuierlich verletzen weil man nicht äh wirklich so sich zeigen kann wie man ist ja weil ich habe hier die masken liegen es gilt hier etwas zu demaskieren lieber steinbock so schauen wir mal welches kraft tier begleitet die steinböcke im september welches kraft tier begleitet die steinbocks das sind zu viele das ist ein halber zoo so so da mischeln wir nochmal so welches kraft tier begleitet die steinböcke jetzt hat sich zwei umgedreht ok also wir haben den phoenix auferstehung wandlung am ende des tunnels ist licht ein alter zyklus verendet vollendet sich vertraue auf die kraft der erneuerung und wir haben den jaguar dimensionssprung unabhängigkeit von der äußeren welt ist wahre freiheit ok also hier will etwas gewandelt werden und ich glaube ähm dieser wandel ist hier die masken fallen zu lassen hinter die masken zu blicken genau zu beobachten nutze hier die kraft des ritters der schwerter ja der dir hilft mit seiner analytischen schnellen auffassungsgabe auch dinge die sich schnell bewegen und verändern hier glasklar zu beobachten welche rune begleitet die steinböcke da habe ich sie schon hä die ewas die ewas ist das pferd hier geht es voran hier kommt bewegung in eine angelegenheit die sich bisher vielleicht sehr langsam bewegt hat mit dem schiff hier ja gerade im persönlichen bereich also die ewas hilft dir auch anderen menschen auf augenhöhe aus deinem herzen aus dem gefühl ja wir haben hier die gespiegelte lagos rune das wasser das gefühl äh dass sich hier gefühle auf augenhöhe begegnen und es die ewas bringt dir auch also zum einen den fortschritt die bewegung und zum anderen auch die begegnung du wirst vielleicht hier dir selbst begegnen wenn die masken fallen oder einem gegenüber hinter die maske blicken also blick hinter die masken so werde ich eure euren monat beschreiben ja das war eure legung für den september ich freue mich auf eure feedbacks und kommentare sagt ganz ganz lieben dank wenn ihr mir ein like oder ein abo da lasst oder dieses video teilt habt eine zauberhafte zeit meine lieben fühlt euch umärmelt und gedrückt bis zum nächsten video ciao ciao eure crazy old